Ja, natürlich. Für einen Spieler als Lewandowski hast du immer großen Respekt. Er hat eine sehr gute Zeit hier gemacht. Für einen sehr großen Spieler als Lewandowski hast du immer Respekt. Aber wenn du gegen einen Spieler als Lewandowski spielst, musst du immer bereit sein und alles gut machen. Ja, natürlich. Am Anfang war es ein bisschen schwer. Ich habe natürlich eine Woche mit Juventus trainiert und dann gleich nach Washington gekommen, um zu trainieren. Aber das war normal, dass ich ein bisschen einen Rückstand hatte. Und ja, ich denke, dass nach drei, vier Wochen sehr viel trainieren, dass es besser wäre. Und ich glaube, dass auf diesem Moment ich in einer guten Kondition bin. Ich spiele alle Spiele jetzt. Und das ist für mich sehr wichtig. Ich denke, dass ich einen Körper habe, der sehr schwer ist. Aber wenn du viel spielst, dann ist das immer gut. Und ja, ich habe jetzt ein sehr gutes Gefühl. Und das ist das Schwell. Ich bin wirklich gut.